Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um die Schatzruhegabe von Vesifon, welche sich hier unter Schätze der Bastion als kleiner Abschnitt befindet. Und ja, dafür befinde ich mich natürlich im Gebiet Bastion bei etwa 6572, also hier weit unten bei der Spitze der Reinheit. Und ja, da nur so als kleiner Hinweis, wenn gerade die Weltquest, also diese Glocke der Reinheit Weltquest, nicht gerade aktiv ist, sind halt hier die Elite aktiv. Also wenn die, ja, wenn ihr da einfach durchrennen wollt, ist es ein bisschen schwieriger. Aber wenn die Weltquest gerade aktiv ist, ist es einfach, weil die Elite halt betäubt sind, beziehungsweise sie greifen uns nicht an. Deshalb am besten diese Empfehlung hier, die Truhe nur zu holen, wenn gerade die Weltquest aktiv ist, ansonsten müsste man sich die ganze Zeit durchsterben lassen. Aber eben, da müssen wir hier einfach rauf gehen und dann befindet sich diese Gabe von Vesifon gerade hier und um drumherum sind halt diese Glocke der Läuterung. Da zwei Stück, da müssen wir einfach nur noch einen aktivieren, dann kommt halt einfach ein Mob, den weghauen. Dann haben wir hier so eine emotionelle Rückstände als Debuff und das Einzige, was man hier noch machen muss, ist unter diesem Wasserfall, bekommen den Beweis der Reinheit und das erlaubt uns, diese Truhe zu öffnen. Das Schöne daran ist, dass man noch einen Pet dazu bekommt. Also hier Schneeweisschen und diese Art von Pets gibt es ja einige hier danach in Shadowlands, da diese Attacken, ja denke ich mal die Kombination da mit Fisi-Matte hinten hier ist sehr praktisch, sag ich mal. Und vielleicht da irgendwie noch Störung oder Ducken und danach mit Biss ein bisschen Schaden anrichten, aber eben von dieser Art gibt es dann ja einige in Shadowlands. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide, ich hoffe ihr kommt euch dabei helfen, diese Tour ebenfalls zu öffnen, ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spass, bis bald.